Es gibt Spinnenjungen und Spinnenmädchen. Mädchen wissen nichts über Spinnen, weil sie Angst vor ihnen haben. Ja, Jungs gewinnen immer. Sie sind einfach schneller. Oh ja, wir Jungs sind in allem besser. Tja dann, wenn ihr euch so toll findet, spielt doch am besten allein. Leo, kommst du zum Spielen? Du kannst ruhig zu ihm gehen. Wir haben noch etwas Zeit. Ja, ich will spielen. Jungs gegen Mädchen. Bereit? Aber klar, wir gewinnen sowieso nicht, war Leo? Ich weiß nicht so genau, denn eigentlich sind Mädchen gar nicht... Hä? Hä? Juhu! Tor! Ja! Seid ihr gar nicht mehr sauer auf mich? Überhaupt nicht. Los, schlag ein! Au! Ich möchte euch was sagen. Jungs sind gar nicht besser als Mädchen. Wusste ich längst. Hä? Ja? Hä? Hahaha. Hä? Hahaha. аний